Zu viel von dir selbst. Tja... Pech gehabt. So, der Patriarch hat sich jetzt auch verzogen. Oh, das war eine Renegade-Aktion. Und eine Paragon-Aktion, alles klar. Ah, das ist jetzt... okay. Celarion, Batarian, ich komme da immer durcheinander. Das war jetzt ein anderer Bartender. Klar, der alte ist ja erschossen worden. Da wird über den Mordrat gequatscht im Radio. So, jetzt reden wir nochmal mit Gris. So sieht's nämlich aus. Und da ist Anto, hat der auch was zu sagen? Naja. Dann ebenso. So, Aria. Ja. Ja. Ja, aber das hatten wir uns schon. Äh, hmm. Indifference about Shepard? Ich glaube, das hatten wir auch schon. Wenn ich gekommen bin, Omega war ein Land von Opportunity. Ich habe die Allianz und verbringte die Böge, die nicht in der Lage sind, das war die meisten. Aber Patriarch war etwas anderes. Ein starker Freund. Ich glaube, dass du er zu stark war, selbst als ein Alli? Nein, er hat die erste Stone gemacht. Es war nicht eine Überraschung, wenn er sich umgekehrt hat. Er hat die Muskeln gehalten, meine Leute verabschieden, mehr subtelige Aktionen. Spionage, politik, assassination. Fortunately for me, his men had become accustomed to certain benefits of working with Asari. Superior intel, assassination. That's cute. No, I took advantage of certain skills my people try to downplay. Patriarch's men abandoned him in droves. In the end, we fought face to face on this very spot. The toughest fight of my life. But of course I won. Interesting, but let's move on. Do you need something else? Thanks, maybe I'll come back later. Yeah, maybe. What was that for a proposal? Jawohl. I hear you're recruiting. Why don't you step inside? Okay. You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Sure, if this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Sun's Eclipse of the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. Shipments go missing. Operations are compromised. Every month it gets worse. Tarek and the other bosses are tired of losing credits. And men. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah. Tarek runs the Blue Suns. But all three bosses are overseeing the operation. Jareth's leading the Eclipse and Garth's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that. I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Archangel is worth it. What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard they were putting the Freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Seems like a lot of trouble for just one guy. You had a whole team, but we've dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. It's going to be tough to get to him. Like chasing a vorge out of the sewer pipes. But that's why we're recruiting. If we just keep throwing fighters at him, we'll get him eventually. Where's the attack taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under our noses. I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Sound in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, Woody! Trust me, kid. You'll thank me later. Er hat sich für 50 credits eine Pistole gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Auf, einen Gegner zu besiegen, der irgendwie drei ganze Mercenary-Gangs in Schach hält. Gar kein Problem. Okay. Machen wir uns mal auf die Socken. Gucken wir uns mal Archangel an. Im Endeffekt wollen wir ja, dass er unserem Team beitritt. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum oder in welcher Funktion. Weil der Doktor Morden... Morden Solus, glaube ich, hieß der? Äh, ja. Ziemlich sicher. Der war ja eindeutig als Doktor angeheuert. Und als Wissenschaftler einfach. Als wissenschaftliche Unterstützung. Archangel scheint aber mehr so ein Kämpfer zu sein. Mal schauen. Ich bin auf der Mission. Ich hoffe, du bist bereit. Archangel hat dich annihilatet, die Freelancern. Bereit, wenn du bist. Kommt in. Bin ich mal gespannt. Was da auf uns wartet. Wahrscheinlich wieder ein großer Kampf. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und irgendwie müssen wir es schaffen. Jawohl. Immer wieder. Gerne. Alle. Außer Miranda. Okay. Die Handcannon. Ja, die wollte ich eigentlich nochmal austauschen. Gegen die Heavy Pistol. Gucken, ob ich damit besser klarkomme. Aber die Handcannon. Ja. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Die war gut, aber... Oder ist gut. Aber hat viel zu wenig Munition. Es ist schon Zeit, dass sie mir jemanden senden, der sieht, wie sie eigentlich kämpfen können. Die sagen, was wir auf uns gegen? Die Hörger war ein bisschen vague. Wir würden nicht viele Hörer, wenn alle die Wahrheit wussten. Archangel ist in einem Gebäude an der Ende des Blövards. Er hat eine Position superior. Und die einzige Weg in ist über eine sehr exposed Brücke. Es ist eine Kille. Aber er wird sich schwer, machte Fehler. Wir haben ihn bald. Ich werde ihn. Ich bin zu ihm. Ich bin zu ihm. Ich bin zu ihm. Ich liebe deine Attitüde, aber wir haben einen Plan in place. Du wirst auf eine Distraction-team. Geht direkt über die Brücke und behalte Archangel an, damit die Infiltration-team in den hinter ihm kann. Das ist für mich eine Suicide-Mission. Ganz genau. Aber du wirst, wie du es kannst. Geht auf den Boulevard und auf der 3. Barricade. Geht mit Sgt. Katka. Er wird dir, wann zu gehen. Also, die Brücke ist der einzige Weg nach seinem Geheim? Genau. Archangel verletzt all die Untergrund des Passage-Wes und verletzt die Tür zu den Lower Levels. Wir haben die Team zu spät, aber es dauert zu lange. Wenn sie die Brücke fliehen wieder, das hilft. Aber ich hoffe, dass die Infiltration-team aufbauen wird, und wir können alle nach Hause gehen. Sie waren die Brücke mit einem Brücke zu holen? Ja. Und Archangel hat ihn verletzt. Er hat ihn nicht verletzt, aber er wusste nur, wo man ihn verletzt, um ihn zu verletzieren. Es war gar nicht ein fairer Kampf, zumindest nicht für uns. Wo ist die Infiltration-team jetzt? Auf der tiefen Seite der Brücke, nah an seinem Geheimhaus. Aber sie können nicht mehr nahe, ohne sich zu sehen. Wie sind sie so nahe, ohne sich zu sehen? Mehr Verletzungen. Tarek benutzt ein Schiff, um den Archangel zu verletzieren. Wir konnten ein paar Menschen in seine Hütte, bevor er ihn verletzt hat. Aber sie sind da. Wir müssen den Archangel auf der Brücke, damit er sie nicht finden und sie wegzunehmen. Was wissen Sie über Archangel? Ich bin der falsche Mann, um zu fragen. Ich mache nur Logistik. Tarek und die anderen Murk-Bösen haben ihn schon lange verletzt. Aber nicht überrascht, wenn sie nicht zufrieden sind, um zu sprechen zu einem Freelancer zu sprechen. Ich hätte besser einen Sgt. Kafka zu finden. Eine gute Idee. Schau dich auf der Brücke. Die Archangel haben schon viele Menschen aus da. Alles klar. Ja. Erstmal gucken wir mal, was er zu sagen hat. Beziehungsweise... Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Hallo. Ah, guck mal. Da oben schießt er. Alles klar. So, wir sollten vielleicht auch schauen, dass wir dieses Gunship irgendwo ausschalten. Wenn das denn möglich ist. Du brauchst etwas? Du leidst die Eclipse? Du hast das von dir selbst herausgefunden. Ich bin Jareth. Ich stehe Omega's Eclipse. Was brauchst du, Freelancer? So, die Infiltration-Team ist der Hauptfokus der Attacken? Tarek's Plan, nicht mein. Er will nicht mehr Menschen verlieren, also er hat dich Freelancern an den Problem. Archangel ist nicht mehr zu gehen, also ich glaube, dass es kein Problem ist. Wer weiß. Vielleicht wird dir Glück sein. So, du gehst hier nur hier, während die Freelancern getrennt? Precisely. Du bist für eine Distraktion. Nichts mehr. Ob du überleben oder nicht, ist es für dich. Warum ist Eclipse auf Omega in der ersten Platz? Als du sehr interessiert bist, Eclipse kontrolliert fast 20% von Omega. Unsere Transporte und Mechs keep die Ezo moving. Das klingt sehr organisiert. Eclipse läuft wie eine Well-Oiled-Maschine, aber Omega ist alles nur organisiert. Es ist eine konstant-Battel für Kontrolle. Dann Archangel kommt, und kompliziert die Dinge noch mehr. Warum gibt Archangel so viele Probleme? Er fragt ihn. Ich bin nur hier, um so viel Geld zu bekommen, wie ich kann. Wir kamen nicht zu Omega, um die Regeln und Regeln zu werden. Er wird immer wieder zurückkommen, um Omega zu kommen. Ich versuche es dir. Es scheint, das ist persönlich für dich. Er hat eine meiner Transporte und hat zwei meiner besten Operativen. Einer war mein Bruder. Also, ja. Es ist ziemlich persönlich. Ich werde weitergehen. Eine gute Idee. Message zu Tarek. Tarek, ich habe mit Garm gesprochen, und hier und seine Männer sind auf Bord. Assuming, dass diese Operation erfolgreich ist, wir können auf eine hohe Morale und eine extensivere Verkaufung von den Männern Blablabla Ah, sie versuchen, äh, danach, sobald das hier abgeschlossen ist, gegen Arya vorzugehen. Interessante Information. Deliver the Datapad to Arya. Ja, genau. Das können wir machen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob das tatsächlich besser ist. Wow. Wow. Hi. Ich, äh, halte mich hier mal ein bisschen bedeckt. Moment, ich hacke gerade mal. Bitte mal kurz nicht schießen. Äh, ist das der hier? Jawohl. Und der... Ja. Wunderbar. Und, was bekomme ich? Ah, 6000 Credits. Naja, immerhin. Ist nicht wenig. Alter Schwede. Okay, müssen wir hier durch oder müssen wir woanders lang? Ich weiß es gerade nicht. Gerade mal gucken. Ja, okay, da... sieht man gar nichts. Ah, hier müssen wir definitiv nicht lang. Genau, deswegen bin ich hier. Ja. 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 Was ich gerade sagen wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob Aria tatsächlich besser ist als die ganzen Gangs. weil die Gangs sind... Sind doof. Ah, guck mal, das Ganschip. Und Aria ist klug und macht das Ganze politisch. Was ist das denn hier? Door Bypass? Da will ich aber rein. Wenn ich irgendwas hacken oder bypassen muss, dann ist da bestimmt irgendwas Wichtiges drin. So, da haben wir den hier. Das war mal ein kurzer Weg. Dann haben wir die beiden und das war's auch schon. Ne, so. Tür auf und nachgeschaut, was drinnen ist. Das ist valuable. Ah, es hat Machine Gun Damage, sehr gut. Und 4000 Credits und Heavy Weapon Ammo. Wunderbar, hat sich das schon gelohnt. Und da hinten ist das, das Gunship. Ich speicher hier nochmal. Und dann reden wir mal mit den Kollegen hier. Ja. Kaffka? 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 Der Ich bleibe zurück, um die Freelancers zu organisieren, und sicherzustellen, dass die Schäufe bereit ist, wenn wir sie brauchen. Also, unser Plan ist, um die Wallen zu gehen, um die Archangel zu gehen? Ich versuche nicht zu verraten, zu schnell. Du bist nur eine Distraktion, so lange du bist живet. Du musst nicht aufhören, um die Archangel zu gehen, um die Brücke zu verraten. Die Infiltration-Team wird das Rest machen. Wie wird die Infiltration-Team auf die Archangel-Team kommen? Sie haben zwei Optionen. Sie schrauben sie in knappen Körnungen, und schlagen die Brücke auf face-to-face. Wenn das nicht funktioniert, sie haben die Explosiven. Sie werden nur Zeit für sich zu verraten. Also, die Brücke ist die einzige Weg in? Bis die Schäufe arbeiten wieder, oder die Blasters sind mit den Tunnels. Schau, wir haben ein Plan. Wir brauchen nicht Sie, um Sie zu kommen, um irgendwelche gute Ideen zu machen. Juste machen Sie Ihren Job, holen Sie Ihre Kredite, und gehen Sie nach Hause. Sie sind die Schäufe? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. Ich habe nur die Angelegenheiten, um die Schäufe zu verraten. Sie Freelancers bekommen die Privilege von... Check! Bravo, Team! Go, go, go! Archangel hat eine Überraschung für ihn, aber das bedeutet, dass ich nicht mehr für mich warten. Ich muss sie zurückziehen, um sie zu werden, um Tarek zu sagen, um sie wiederzunehmen, um sie wiederzunehmen. Du hast zu viel gearbeitet. ARD Text im Auftrag von Funk